Salome, bedenkt, was du tun willst, es kann sein, dass der Mann von Gott gesandt ist. Er ist ein heiliger Mann, der Finger Gottes hat ihn berührt. Du möchtest nicht, lass mich ein unheimlich, Salome, hör jetzt auf mich. Ich will den Kopf, der hier auch hauen. Du willst mich, mach mich hören, sei du nicht, Salome, ich, siehst du, bin ich. Du willst mich hören, ich habe an diesem Ort, du fehlend versteckt, du fehlend, wie selbst meine Mutter nie gesehen hat. Ich habe ein Halsband, mit mir ein Pärlen. Topade, jetzt wie die Augen der Krieger, Topade, Helmut, die Augen der Weithauge. Ich habe ein Halsband, mit einem Feuerteil, mit Eis. Ich will den Kopf, die wir alle geben, alle. Ich habe die Linke zu vergeben, wie so glatt, 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 wie so glatt. Ich will den Kopf, die där und wie so glatt. Will ich dir geben, nur eines nicht. Nur nicht das Leben dieses Einen Kanzlos. Ich will dir die Wampfe des hohen Friedens geben. Ich will dir die Wampfe des hohen Friedens geben. Ich will dir die Wampfe des hohen Friedens geben.